23.12.2015 Seit einem Jahr gibt es nun Christlis Modellbewerkstatt. Herzlichen Glückwunsch an mich und vielen lieben Dank an euch da draußen. Zur Fall des Tages habe ich einfach mal nachgeschaut, über was ich dieses Jahr alles berichtet habe und hier einen kleinen Überblick über all die Flugzeuge, die dieses Jahr drangekommen sind. Genießt es. Auf ein schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und wir sehen uns in 2016. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.